Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das GoP-Restaurant offeriert Ihnen über die Festtage, Zwischendorn-Aktionen und ausgesuchte Weihnachtsmenü für Geniesser. Ein richtiges Verwöhnprogramm für wenig Geld, das man in mehr als 150 GoP-Restaurant in der ganzen Schweiz geniessen kann. Das Fleisch kommt aus tiergerechter Haltung von GoP Naturaplan und das Gemüse aus kontrollierter biologischer Landwirtschaft mit der Knospen von BioSwise. Übrigens auch hier im Personalrestaurant am Hauptsitz von GoP, wo wir heute wieder eingeladen sind. GoP macht Ihnen aber auch sonst das Planen und das Gestalten der Festtage besonders leicht, mit einem grossen Angebot mit Tipps, Rezepten und günstigen Preisen. Weil viele von unseren Zuschauern aus Tradition an den Festtagen gerne etwas geräuchten, offerieren wir Ihnen alle Quick-Spezialitäten von GoP Naturaplan und Bell auch dieses Jahr zu einem besonders günstigen Aktionspreis. Darunter Neuheiten wie eine Schulter mit Honig oder eine gefüllte Geflügelrolle. Wie einfach die Zubereitung ist, zeigt uns jetzt Armin. Salut, Armin. Salut, Pascal. Das Quick mitsamt der Packung im Wasserbad ziehen. Grüezi miteinander. Nach einer Dreiviertelstunde aufschneiden und zum Beispiel mit Ananas oder einer anderen exotischen Frucht aus unserem grossen Festtagsangebot servieren. Wir können das Quick allerdings auch mit einer Meerertigsauce und Wintergemüse servieren. Besonders originell und dekorativ sieht es zum Beispiel aus mit diesen blauen Haartöpfeln und der Giocha-Randa von Pro Spezi Rara. Der Organisation, die das Erhalten von alten Gemüse- und Obstsorten sichert und von GoP unterstützt wird. Nach wie vor zu den Rennern an den Festtags gehört ein Fleischfondue. Bei uns haben sie die Wahl zwischen verschiedenen Fleischsorten für Fondue Ginoise, Fondue Bourguignon oder Fondue Bressan. Nicht nur tiefgekühlt wie bisher, sondern jetzt auch frisch. Lassen Sie sich also verführen. Wer es an der Festtags gerne stimmungsvoll, aber unkompliziert hat, ist auch mit den beiden Tischgrillplatten von Belle bestens bedient. Belle Gourmet mit feinem Schweins- und Kalbsfleisch und Belle Gourmet mit saftigem Geflügelfleisch. Alles, was man für den Fondue oder Tischgrillplausch braucht, ist ein Fondue Garnitur mit Zubehör oder der kombinierte Racletteofen Tischgrill Silver 8 von Satrap. Die Sausse kann man entweder nach dem Rezept auf der Packung selber machen oder nach Belieben aus dem grossen Sortiment von GoP wählen. Auf Ihre Weihnachts-Einkäufe bekommen Sie bekanntlich wertvolle Superpunkte für tolle Prämien. Seit November auch in der Filiale von Interdiscount. Das ist aber noch nicht alles. Wie vor drei Wochen angekündigt, verlost Interdiscount zweimal eine Million Superpunkte. Tausende von Zuschauern haben mitgemacht und wer der erste Superpunkt-Millionär wird, erfahren Sie jetzt hier bei uns im Mittwochstudio. Und der Gewinner ist der Herr Frédéric Riel aus Champlain. Herzliche Gratulation an Ihnen! Herr Riel, auch ich gratuliere Ihnen ganz herzlich für Ihre Superpunkt-Million. Interdiscount wird sich nötigst mit Ihnen in Verbindung setzen, dass wir Ihre Superpunkt-Million auf Ihr Superpunkt-Konto übertragen können. Auch wir gratulieren herzlich! Am 14. Januar wird es dann nochmal spannend. Dann ziehen wir nämlich die zweite Superpunkt-Million. Das war es für heute. In einer Woche haben wir nochmal Tipps und Ideen für das Festtagsmenü für Sie parat. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Eine gute Woche und auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal, okay!